Hallo, heutiges Thema St- und das Wort Staunen. Sprechen Sie. Legen Sie Ihren Zeigefinger vor die Lippen. Spucken Sie den Laut wie einen Melonenkern aus. Sagen Sie T. 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 Sch. 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 T. 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 Achtung. Noch einmal, bitte. Und noch einmal. Achtung, taunen. Noch einmal, bitte. Taunen. Noch einmal, bitte. Taunen. Achtung, jetzt das ganze Wort. Staunen. Noch einmal, bitte. Staunen. Noch einmal, bitte. Staunen. Super. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.